Happy Birthday, hallo, Ahmed Orno. Happy Birthday, Ikeshukwu, Valentin Chidara. Happy Birthday, Bertrand Gonkia. Happy Birthday, Ahangafagiyas. Happy Birthday, Tramfilash Kumar. Happy Birthday, MD Saidul Islam. Happy Birthday, Supayit Maji. Happy Birthday, Bulay Das. Happy Birthday, Mohamed Mahdi. Happy Birthday, Emmanuel Michel. Happy Birthday, Hamed Dauda. Happy Birthday, Freddy Pakpahan. Happy Birthday, Nia Sagala. Happy Birthday, Titania Sagala. Und heute habe ich, oder heute spreche ich mal wieder Free Fire Max. Und BR Ranking, so wie immer. Ich muss noch höher als Level 9 kommen, als ich hier bin. Also dann, viel Spaß. Okay, und los geht es. Battle Royale, Battle in Style. Schauen wir mal, dass wir mit gutem Start kriegen, bisschen wie gestern. Ich bin drüber. Ich bin drüber. Ich bin drüber. Oh. Schrotflinte? Hm, nicht gut. Wechseln! Und... Die Schrotflinte muss auch weg. Wir gehen aber erstmal nach oben. Oh, die ist gesessen. warte mal was habe ich denn jetzt hier? ich habe einmal eine m4 und eine mp und eine max sehen. was ist denn besser? mp5 oder m4? hat jetzt schon mal ein gutes visier. die Maus geht irgendein bisschen schwer, na besser, gehen wir erstmal da rein, da kann ich gleich nicht mehr rein, deswegen. jetzt gehen wir hier rein. sonst nichts. ... ... ... ... ... mit meinen sachen darf jetzt eigentlich nicht so viel im freien herumlaufen muss alles mehr so städte kampf also nicht in haus drin auch nicht ich habe jetzt gerade so mehr mitteldistanz was war denn das mitteldistanz sachen habe ich okay okay ok dann drehen wir jetzt über die brücke ganz schnell da ist keiner noch zu wenig geld danken zainer Double Kill! Ja, noch gar nicht so weit. Mensch! Oh, der hat nichts gehabt. Schnell Fahrzeug nehmen. Wahrscheinlich soll's nicht. So, das war nicht so richtig. Oh, der hat nichts gehört. So, das ist 그림. Ok, das hör ich mir noch schnell. Das zieht kein Rohr. Ja, super. Freu mich. Das Geld. Guten Tag meine Frau. Okay. Geht eingesammelt. Braucht es doch für mich nicht mehr, aber egal. Das gibt es doch nicht. Ah! 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 Ich renne jetzt mal weg. Ah! 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 Dann einfach mal da lang. Daumen auf dem Dach läuft einer her. Ah! 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 Ja! Ah! Ah! Dominator! So, da muss ich jetzt ein bisschen hoch. Kommt man denn da hoch? Unstoppable! Det. Ja! 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 ... Rampage! Schnell, 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 schnell! Schnell, 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 schnell! Schnell, 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 schnell! Okay, Leute, dann sag ich mal bis gleich! Ähm, ich muss erst mal essen. Ja, betul, wie mein Ex- Schauen wir mal wieder. Okay, für die nächste Runde. Wo? Hi. Dann springe mal runter. Ich gehe mal runter. Ich bin kein Gesicht. Ist doch schön. Eins, zwei, drei, vier, sechs, sie macht neun. Neun, Leute! Hey! Bis zum nächsten Mal. Oh-oh-oh-oh. Was ist denn? Tschüss. Ich bin kein von zwei. Okay. Sieh. Sieh. Iигр. das ist ja auch nicht so ok ok wuhe 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 schon wieder so ne kugel ach komm, wir nimm ein anderes Gewehr SKS, hatte schon lange nicht mehr gehabt Bum 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 Okay I'm not a seal Oh no Voll verkackt War der Erste der gestorben ist Der Zweite Stimmt, ich hab einen gekillt und dann wurde ich gekillt Okay, Runde Nummer 2 Ich schaue meinen Husten aber an Ah, da ist der Knopf Warte, gerade den Pfeitschutz Warte, den Fuhli vollgehen Schnell irgendwo reinrennen Der ist aber hartnäckig Der wusste Oh, da ist schön Ja 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 Er hat so umgeschossen die Besserung. Da nach oben laufen. Was mir auch gerade so einfällt. Man kann ja die Charaktere mit einigen Fähigkeiten ausrüsten. Das habe ich mit denen noch gar nicht gemacht. Den habe ich ja erstmal für 7 Tage gekriegt. Aber wenn man das kommt, spiele ich den mal Ziel neu an. Aber... Fähigkeiten habe ich noch gar nicht gegeben. Also ich habe jetzt mit der Person die Fähigkeiten, von denen ich das so habe. Und dann kann man ja normal noch 3 weitere Fähigkeiten verteilen. Wo diese Person jetzt glaube ich gar nichts hat. Das war's für heute. Ich bin raus. Schon wieder minus 36... äh minus 31 Punkte. Gut, dass ich diese Charaktere auch keine Minuspunkte kriege. ja auch noch nicht die Mühe